Ja. Es fehlt Sprengstoff. Ich muss immer noch ein bisschen Sprengstoff... Ich seh hier kaum was. Kann weitergehen? Dann 3, 2, 1... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ektorio. Mit mir, dem Blutboost. Und mit dabei, der Gabax. Jo, hallo Leute. So, der Zug steht. Der Zug ist fertig. Du sagtest gerade, wir haben nicht genug Explosive. Ja, also wir haben jetzt schon... Jede Artillerie hat 15, 16 Schuss. Oder 18, genau. Allerdings für den fortlaufenden Munitions... Für die Zufuhr brauche ich auf jeden Fall hier mehr... Ist gut, es kann auch daran liegen gerade, dass alle möglichen Drohnen gerade im Einsatz sind. Weißt du, was mir gerade auffällt? Es gibt einen Flammenwerfer-Turm. Ja, das gibt's aber schon länger. Bist du sicher? Ja. Ah, den ziehe ich gerade zum ersten Mal. Den gibt's schon seit 15. 0,15. Das Problem ist halt nur, das ist extrem aufwendig, weil du musst da, ähm, musst da ja Öl an... Irgendwie, also der arbeitet entweder mit Leichtöl, Schweröl oder Rohöl. Ah. Und der muss ja jedes Mal eine Leitung für jeden Turm setzen. Okay, ich dachte, der arbeitet vielleicht auch mit Flameshörer-Money. Nee, nee. Nee, aber das ist ja wieder ein bisschen doof. Ja, ist es auch. Ich hab den mal ausprobiert und... Dafür muss der aber sich ordentlich lohnen, oder? Schadenmäßig? 90 die Sekunde. Der andere macht Shooting-Speed-Money. Der Vorteil ist halt, dass es nachbrennt, ne? Ja, okay. Das ist der große, große Vorteil. Nachbrenner für... So, ich fordere mir jetzt mal ein paar Lasertürme an. Ja. Und dann mache ich mich mal auf den Weg... Sekunde, ich setze mal meine Bahn. Und dann mache ich mich mal auf den Weg in den Osten. Aha. Und ich muss eben noch auf meine Türme warten. Dann hat man dann den Atelier... Ich schmeiße mal den einen Atelier-Türm ins System rein. Weil den brauche ich nicht. Was soll ich damit? Aber ich finde die Idee trotzdem geil. Also wie gesagt, wenn du... in der Map hast, wo Nesta neu spawnen, kannst du dich damit wenigstens verteidigen. Das stimmt. Dann ist das auch... Dann ist der Neu-Spawn auch gar nicht mal so schlimm. So, wo würde ich denn jetzt überhaupt hin? Ich will nach da hinten. Das ist Kupfer-Ost-Ost. Also fahre ich jetzt am besten mal mit... Ach, Moment. Wo ist eigentlich die Uran-Munition? Uran-Munition. Hier. Warum wird die nicht weiter produziert? Uran-238 fehlt. Hm? Sag ich jetzt nicht, wir haben keinen Uran-238 mehr. Also das Dunkle. Ja. Gut, das kann halt sein durch die Wiederaufbereitung. Das verschlingt ja ganz schön viel. Nee, 500... Ach so, das sind die einzelnen Kisten, sehe ich gerade. Anforderungskiste? Oh, es kann wirklich sein, dass das komplett... Anbieterkisten sind relativ leer. Ähm, Sekunde, kann das sein, dass wir gar... Ach, stimmt. Ja, da, ich sehe es gerade. Die sind auch ganz schön lang... Ich beschleunige die mal. Sind ja ganz schön langsam hier. Ja, ich sehe das gerade da. Wir haben gerade nichts mehr davon. Gut, ich glaube, so viel brauchen wir auch gar nicht von dem Zeug, ne? Naja, also es ging jetzt speziell um die Uran-Munition. Ich wollte jetzt mich gerne mit Uran-Munition ausstatten für den Panzer. Äh, dass die halt wirklich fallen, wie die fliegen, ne? Nehmen wir jetzt einfach mal... Boah, 1000 Schuss mit. Das würde reichen. So, Panzer. Äh, ja, dann am besten setzen wir uns mit in den Zug und dann fahren wir zum Ziel. Also ich bin schon vor Ort, weil ich will den Zug halt anfordern. Okay, ja, ich setze mich in den Zug rein. Also ich will auch erst Verteidigung bauen und ihn dann herholen, weil sonst fängt er an zu ballern und er guckt dann in die Röhre. So. Verstehst du? In die Röhre, haha. Ja. Nein, ernsthaft. Ich will einfach nicht, dass der Zug anfängt zu ballern und wir haben keine Verteidigung. Ja. Äh, 26 haben die jetzt jeweils. Was ist schon nicht schlecht. Oh. Deswegen ich ziehe jetzt gerade eine Linie. Also fast 80 Schuss. Also mit 80 Schuss, wenn du... Pro Schuss kannst du ja... Machst du ja immer einen großen Radius von diesen kleinen Gebäuden kaputt. Ähm, das heißt, ja, also das obere Link... Oder warte mal, wollen wir nicht vielleicht doch lieber dieses Artillerie-Zielfernsteuerung mal bauen? Das können wir sogar per Hand bauen. Das geht sogar sehr schnell. Lässt sich auch nicht stacken. Na, klasse. Ähm. Ja. Können wir mal ausprobieren, wie das funktioniert. So. Ich hole nur mal eben mein... Ah, Sekunde, ich wollte hier noch Verteidigung bauen. Ja, ich muss aber noch, äh... Hast du Munition dabei? Ich muss noch Strom dahin setzen. So. Hast du, äh, Munition? Ich hab mein Panzer hier stehen. Für Panzer. Ja, ach so. Munition für Panzer. Munition sein. Okay. Wenn sie keiner rausgenommen hat. Da ist noch... Ja, da ist noch mehr jetzt genug drin. So. Jetzt muss ich mal erstmal Strom verlegen. Okay. 28 Schuss. Gleich, also gleich haben wir 90 Schuss. Alter Schwede. Also momentan ist wirklich mit dem Diamant... mit dem Dynamit noch ein bisschen das Problemchen, aber... Das... Ja. Vielleicht baue ich da noch ein drittes. Wobei, genug ist ja drin. Ah, die brauchen gerade nur ein bisschen zu lange, glaube ich, für das... Ja. Der Sprengstoff muss halt von ganz unten nach ganz oben transportiert werden. Das dauert gerade eine ganze Weile. Und dann kann ich da nochmal vielleicht... Wobei ist das gerade? Ah, ne, wird geliefert. Okay. Da muss ich mal vielleicht auf 400 Stecken oder so am Ende rumfliegen. Jetzt muss ich nur mal eben meinen Blueprint... Habe ich überhaupt noch einen Blueprint mit den... Ah, shit. Ich habe gerade keinen Blueprint mit Türmen drumherum. Das ist natürlich doof. Das müssen wir mal schnell einmachen. Ich habe keine Ahnung, was da am Ende ankommt, ne? Ich weiß halt jetzt echt nicht, ob die automatisch schießen dann sofort, oder? Ja. Ich würde sagen, ja. Weil die automatische Reichweite ist halt geringer. Ich habe noch keine Ahnung, was für eine Reichweite das ist. Also ich kann mir unter 300 nichts vorstellen. Ich habe ja auch die Reichweite schon... Ach so, automatisch ist natürlich geringer, hast du ja gesagt, ne? Manuell. Alter, what the fuck. Einfach mal über das Doppelte. Ja gut, ich habe aber ein paar Manuelle dabei. Also ein paar diese Steuerdinger da. So, äh... So, ich hoffe... Hast du noch Lasertürme dabei? Ähm... Äh... Äh... Ja, ein paar habe ich dabei. Okay, gut. Dann kannst du hier den respawnen. So, ich bin soweit fertig. Dann fahr mal bitte zum Einsatz. Ja, bin mal auf dem Weg. Einfach durchdonnern, ne? Ja, kannst du einfach durchdonnern. Der hat ja genug. Der kann auch wieder zurückfahren. Wo bist du denn gerade? Da bist du. Oh je. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das von der Reichweite her reicht. Der... Der überhaupt ankommt. Okay, Strom ist ja auch. Die Strecke ist ganz schön lang. Ja, die Strecke ist lang. So, jetzt... Äh... Wofür bist du denn hingefahren? Ich bin eins zu früh abgewogen. Warum bist du denn nicht einfach, äh, automatisch gefahren? Weil ich gerne manuell fahren wollte. Ja, Achtung, hinter dir. Ja, ich weiß. Wird gesperrt. Bin eins zu früh. Jetzt habe ich hier extra eine Bahnstation mit Einsatz eingebaut, ne? Damit du einfach manuell fahren kannst. Äh, automatisch meine ich. So. Ist die Frage, ob die schon schießen, wenn man stehen bleibt, oder? Ich habe keine Ahnung. Die noch schießen, oder? Außer Reichweite? Ah, ne, ich vermute, die müssen... Doch, die haben... Haben sie sich bewegt? Ne. Da, jetzt. Oh, 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 oh. Das sieht bedrohlich aus. Alter. What the fuck? What the fuck? Wo laufen die denn hin? Keine Ahnung. Haut's doch weg. Wow. Ah, 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 ah. Alter. What the fuck? Okay, jetzt kommen sie. Ernsthaft? Ja. Oh, äh, warte mal. Ich hätte vielleicht... Ah, ich habe hier noch eine Radarstation. Aber die müssen lustigerweise durch die Bäume durch, von daher. Setz mich mal in den Panzer. Oh, da kommen sie. Ah, ja, ist aber... Ui, 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 ui. Weiße, hast du Treibstoff? Äh, ne, hol die Holz. Ich fahre auch nur mit Holz. Ich bleib hier einfach stehen. Ach, verdammt. Ich habe da unten eine kleine Lücke gelassen. Wohl von unten. Ah, das geht. Oh, verdammt. Ich habe die Bahnstadtung kaputt gemacht. Alter. Ja, loi. Guck mal. Guck mal mein Uranium. Die Uranium-Munition. Guck mal, wie ich die platz schieße. Oh, das ist ja mega. Ich glaube, da muss ich auch mal mit rein. Warte mal. Schnell meine Bauroboter in den Panzer rein. Wow. Ernsthaft. Was denn? Die ist ja mega. Ja. Ja, das war's. Ja, das war's. Nichts mehr in Reichweite. Die haben immer noch Muni. Ja, aber nicht mehr viel. Okay, da hinten. Okay, warte mal. Ich probiere mal manuell aus. Ja, okay. Ich schieße jetzt manuell. Da können sie weiterschießen. Wow. Ja, ja, klar. Ich schieße jetzt die. Ah, ja, aber jetzt schießen sie immer auf einen Punkt, oder? Oder? Nee. Achso, wie viel hast du denn gebaut? Ach, die verbrauchen sich nicht. Ah, okay. Okay, ähm, du baust dieses Teil einmal und dann, hier warte, ich gebe dir mal eins. Ich schmeiße dir mal eins. Achso, hast du mehrere gebaut? Tu einfach einen Panzer. Achso. Ja. Okay. Und das wählst du einfach aus, das nimmst du einfach und dann, genau. Ist ja geil. Ja. Ich habe davon jetzt einfach mehrere gebaut, ich wusste das nicht. Warte mal, ich probiere mal kurz was aus. Ich will mal kurz in eine andere Richtung schießen. Ich will wissen. Okay, das geht nicht. Jetzt übelst. Was für ein... Wow, ernsthaft. Bis nach dahin... Oh, wie oft schießen denn? What? Wo schießt du denn hin? Alter, bis wohin fliegt das denn? Ja, warte mal kurz, warte mal kurz, bitte. Halt mal kurz, halt mal kurz. Wir haben nicht mehr viel Muni. Zwei Muni nur noch. Ich wollte wissen, welche Reichweite das... Ich schieße gerade nicht mehr. Der schieße gerade automatisch. So. Alter. Ich gucke mal, ob er bis dahin schießt. Äh, Eisen, Ost, Ost. Lol. Lol. Wo schießt du denn jetzt hin? Runter links. Wie weit? Ja, bis zum Steinfeld da unten. What the fuck? Okay, das ist die 500 Meter Range. Dann ist 200 die... Alter. Ah, das ist krass. Äh, ja. Muni ist leer. Ich schicke den mal wieder zurück. Zum Lager? Ja. Weil da ist ja schon wieder Munition drin. Alter, wie viel ist denn da drin aktuell? Mal kurz, mal kurz gucken. Wo ist der? Äh... Puff, was? Nee, 12, wollte ich gerade sagen. 12 Stück mal hin. 12, ja. Ich dachte gerade 50, aber das ist nur was da eingestellt. Ja, das wäre schön. Alter. Guck mal, wie schnell wird... Guck mal, wir haben drei Nester aufgeräumt, ey. Äh, mehr. Ich habe unten auch noch so kleinere. Und wenn du automatisch schießt, kannst du sogar da unten noch das Riesenfeld da wegmachen. Ja, du kannst viel, viel weiter schießen. Also um das Doppel. Ja, ja, das habe ich gesehen. So, ich tucker mal kurz da die roten Punkte ab. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja, das ist gut. Dann können wir nämlich das Kupferfeld da unten auch anschließen, weil wir eh Kupfer brauchen. Das Feld wieder. Ja, aber da müssen wir noch ein kleines bisschen mehr aufräumen. Okay, muss sogar nur erkundet werden, dass die leben gar nicht mehr, die roten Punkte. Oh, krass. Alter, alles dort. Wow, dann haben wir ja wirklich die drei komplette Bases platt gemacht. Okay, das bedeutet also, die Produktion für diese Artilleriegeschütze müssen wir erhöhen. Das spart richtig Zeit und Arbeit, weißt du das? Ja, Zeit, Munition, Stress. Ja, und hier mit Uran, das ist auch so heftig jetzt, ne? Wie stark das ist. Ja. Okay, ich sehe gerade, ich muss mal kurz die Drohnen rausnehmen. Dann habe ich ja noch meine Lasertürme. Ja, okay, da unten ist noch ein großes Feld. Das einzige Problem ist, wir müssen das halt aufdecken, ne? Was? Naja, der kann halt nur dahin schießen, was er sieht, ne? Nö. Bist du sicher? Ja. Hat er eben gerade auch die ganze Zeit gemacht. Ja, das hat mir hier aber... Ach, du meinst nicht ins Schwarze, sondern... Ja, ja. Ja, okay, klar. Ja, gut, aber guck mal, wenn du wieder, wie wir es da umgebaut haben, erstmal alles absicherst um den Zug herum und dann fährst du halt los. Das war jetzt auch ein bisschen nötig, ne? Weil... Oh, ja, da kam einiges. Ja, okay. Oh, gut, ich glaube, da fahren wir jetzt mal nicht weiter, da können wir den Zug sonst nochmal holen. Oh, das ist aber noch ein riesiges Feld da. Hallo. Was machst du denn da? Ja, ich habe Uran-Munition, die es fetzt. Ja, ja, ist richtig. Wow. Und das ist gar nicht mal so teuer, so ein Geschoss, oder? Ein Radar, Radar ist nicht so teuer. Explosive, Cannon Shale, Explosive, Plastik, Stahl. Das dauert eigentlich jetzt nur, weil Explosive müssen wir erstmal von unten hochkriegen und wo muss halt immer diese Geschö... Müssen erst diese Geschütze gebaut werden, äh, diese, diese... Oh. Ein Explosives braucht bloß Kohle, Schwefel und Wasser. Ja, das ist eigentlich ist das, äh... Eigentlich ist so ein Geschoss recht günstig. Ja. Gut, der Zug selber ist jetzt mit 20 Circles auch relativ günstig eigentlich. Dadurch, dass es hieß, dass das Endgame ist, kannst du den doch... Ja gut, die Forschung war teuer. Wenn ich das richtig im Kopf hab, die kann man, kann man die... Die kann man ja, die Reichweite kann man ja auch noch... Was hat das denn noch in der Forschung gekostet? Mal gucken, ob... 2.000. Erst mal aussteigen, bitte? 2.000 von den, äh... Ja gut, das ist schon eine Menge. Ja. Wow. Ja, wie kommen wir denn jetzt am besten nach Hause wieder? Wir können den Zug anfordern. Ja, dann machen wir das mal. Mach das mal gerade. Okay. Braucht ja auch eine Weile. Und ich würde sagen, ne, äh, kannst ja, während wir auf den Zug warten, die Folge werden. Hallo? Ja, ja, ja. Ich war nur kurz vor dem Öl nicht überlegen. Ähm, ja. Äh, ihr habt unseren Boomstick gesehen. Alter, ich finde das Ding immer noch übel. Erst recht hier mit der Verteidigung drumherum. Den können wir eigentlich gleich mal wieder abbauen. Und, äh, ja, dann verlegen wir einfach die Schienen neu. Und am Ende gucken wir uns das Ganze mal an. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Jo. Ciao. Tschüss. Vielen Dank.